Im Straßenbild zeugen jüdische Gotteshäuser, die Synagogen, von jüdischer Tradition und Kultur. Sie wirken ebenso historisch und erhaben wie die christlichen Kirchen. Doch hinter einem Glauben stehen vor allen Dingen Menschen. Mit ihren Traditionen und Ritualen sind es die jüdischen Gemeinden, die den Reichtum an jüdischer Kultur in Deutschland am Leben erhalten. Berlin. In der Hauptstadt leben 50.000 Juden. Nicht alle praktizieren ihren Glauben. Trotzdem hat sich hier mit über 12.000 Mitgliedern die größte jüdische Gemeinde Deutschlands gebildet.